Hey Freunde, ihr ist Biti, euer Bitcoin Trading Informant. Heute wieder mal euer Shiba Inu Trading Informant. Was geht denn ab bei Shiba Inu? Ich habe da einiges vorbereitet, das muss ich mit euch kurz besprechen, denn da passiert wirklich einiges. Ich habe ja auch letztens ein Video rausgehauen, das euch für 2024 schon mal ein bisschen was zeigt, aber hier gibt es einige News, die muss ich kurz mit euch durchgehen. Denn erstens mal Shiba Inu, da passiert momentan nicht wirklich viel, wenn man sich mal den Preis anschaut, aber dahinter die technische Geschichte, da passiert wirklich sehr sehr viel. Und zwar Shiba Inu und seine Layer 2 Skalierungslösung, eben dieses Shibarium, sind stark korreliert. Ja, das sind sie, aber auf sehr subtile Weise. Das ist ein interessanter Artikel, den möchte ich euch kurz zeigen. Der aktuelle Wachstumstrend zwischen dem Token und der Smart Contracts Plattform zeigt nämlich, dass der anhaltende Boom aller wichtigen Kennzahlen in Shibarium im Allgemeinen zu einem Anstieg des Shibpreises führt. Ja, trotz dieser Erkenntnis gibt es kaum einen nachhaltigen Wachstum aller mit Shibarium verbundenen Kennzahlen. Derzeit verzeichnet die Smart Contracts Plattform nämlich ein stetiges Wachstum ihrer Kontowachstumskennzahlen, die heute bei eben 64.104 liegt. Das heißt, es gibt heute mit Stand heute, das war eigentlich gestern, aber egal, eben 64.104 Konten gegenüber eben 63.600 am 17. Januar. Also vor einem Monat waren es noch um 500 Konten weniger. Ja, es geht ja hier nach oben. Obwohl eben dieses Wachstum sichtbar ist, steht es in scharfen Kontrast zu den aktiven Konten auf der Plattform. Eine Kennzahl, die im letzten Monat einen unvorhersehbaren Rückgang verzeichnete. Auch sehr interessant. Aktuelle Daten beziffern eben die Zahl der aktiven Konten auf Shibarium am 16. Februar, eben gestern, auf 724. Dessen Rückgang von 1.000 im Vormonat. Also auch ganz interessant das Ganze. Der gleiche sinkende Effekt wurde beim Preis von Shib verzeichnet. Auch der ist nämlich nach unten gegangen. Ihr seht es hier ganz gut. Und, das ist aber wiederum gut, Planung der Zukunft von Shiba Inu. Das Erscheinen von Shibarium hat eine eher tröstende Botschaft an Shib Inu Benutzer und die ganze Shib Army und Befürworter, auch bei mir, im Allgemeinen gesendet. Die zeigt nämlich, dass die Meme-Münze nun ihren wichtigen Wandel von einem reinen Spaß-Token, von einem Meme-Coin zu einem Token mit enormen Nutzen vollzieht. Das ist ja mal gut an der ganzen Geschichte. Langfristig wird erwartet, dass Shiba Inu vom Zustrom neuer Benutzer in Shibarium profitieren wird. Von denen wird nämlich erwartet, dass sie eine höhere Nachfrage an Shib stellen. Logisch. Um sich mit den verschiedenen dezentralen Anwendungen zu befassen, die langfristig auf dem Protokoll gestartet werden. Das klingt doch gut. Insgesamt erwarten die Mitglieder der Shib Army, da gehöre ich auch dazu, auch einige andere hier in meiner Community, die Shib Army, die sehen nämlich in Zukunft einen Anstieg auf einen Cent-Pro-Token. Und Shibarium und die Verbrennungskampagne werden voraussichtlich eine wichtige Rolle bei der Verwirklichung dieses Ziels spielen. Das ist schon mal die Geschichte. Dann noch etwas ganz Interessantes, Leute. K9 Finance, eben die Entwickler des Shibarium-Ökosystems, die haben angekündigt, am 7. März, ganz interessantes Datum, einen neuen KNINE, KNINE-Token oder KNINE-Utility-Token auf den Markt zu bringen. Die Ankündigung erfolgt als Shib nach einem Wiederanstieg des Interesses im Februar eben bei dieser Einsermarke wieder. Ja, wir flirten mit dieser Einsermarke, aber es ist ein bisschen schwierig dort. Kommen wir gleich dazu. Eben, Shib könnte eben auf diese 0,0001 US-Dollar kommen, nachdem das Shibarium-Ökosystem die Einführung dieses KNINE-Belohnungs-Token angekündigt hat. Und wie das Ganze funktioniert und so weiter und so fort, da würde ich jetzt zu viel ins Detail gehen, möchte ich euch nicht auch hier noch alles vorbelabern, aber diese KNINE-Inhaber werden von den Bone-Belohnungen profitieren. Eine ganz interessante Geschichte. Wenn ihr mehr dazu wissen möchtet, schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Ich würde da näher darauf eingehen. Es gibt dann auch noch viele andere Geschichten. Es gibt eine neue Sammlung von NFTs. Es gibt hier Shaboshis Collection, auch eine NFT. Es gibt hier ganz viele Geschichten, die hier abgehen. Aber momentan, es gibt wirklich viele, viele News, die ich euch hier nicht alle so breit treten möchte. Sonst sitzen wir eine Stunde hier und gehen das Ganze durch. Es gibt sehr viele positive News über Shiba. Aber, und das ist das Hauptthema, viele, viele, viele Analysten sehen hier momentan, dieses Smiley sagt eigentlich alles aus, nicht gerade die große Zukunft. Die verstehen auch nicht, warum es nicht richtig nach oben geht. Es gibt so viel, was bei Shiba passiert. Der Bitcoin geht nach oben. Bitcoin-Halfing, alles explodiert. Aber Shiba, ziemlicher Stillstand. Auch hier, Bahar Mostofi sagt ja auch, unverständlich. Sie weiß nicht, warum es nicht nach oben geht. Es ist boring. Es ist alles da, Support-Technik. Es ist alles da, es ist alles im richtigen Platz, aber es geht nicht nach oben. Hier, ganz anderer Meinung, ganz interessant, der Abdul. Und der sagt ja, er sieht hier einen richtigen Anstieg, hier einen richtigen Pump nach oben. Ein Cent, ja, warum nicht? Maximum sogar ein Dollar. Okay, das ist doch wirklich sehr übertrieben. Aber lassen wir es mal. Es ist mal eine positive Stimme und wir hören auch gerne Positives. Dann gibt es noch hier den Klaji Guni. Und der sagt uns hier auch voraus, Achtung, dieser Pump, den wir momentan sehen, Pump unter Anführungszeichen. Es ist ein kleiner Schritt nach oben. Er sagt, der kann oder könnte noch lange nicht vorbei sein. Er sieht hier sogar die 10-Überschreitung auf 11 gehen, 11,3 und sogar die 14,5 würde er hier als Ziel sehen für diesen Ausbruch von diesem Dreieck eben nach oben. Aber Achtung, ich sehe es da unten schon. Wir haben hier einen stark überkauften Stochastik. Aber wir schauen uns das mal an. Training View sagt uns momentan im Monatschart, eher neutral bei Schieber. Nun, dafür ist die Woche noch auf den Kaufen gerichtet. Der Tag, die vier Stunden, die zwei Stunden, starkes Kaufen sogar, die Stunde starkes Kaufen. Also ja, mittelfristig bis längerfristig Kaufen, die Signale sind da. Wenn wir uns jetzt nochmal diesen Chart anschauen, den habe ich euch bei meinem letzten Video schon mal ein bisschen genauer dargestellt. Und zwar fetter Widerstand. Hier bei eben so um die 15 bis 17, da hatten wir schon so öfter mal Kontakt damit. Da kommen wir momentan nicht drüber. Und das, was ich ja momentan ein bisschen so am Schirm habe, das spielt jetzt ja vielleicht wirklich aus. Und das ist diese wunderbare Geschichte, dieses Pattern hier. Dieses schöne Cup und Handle. Wieder mal ein Cup und ein Handle, der nach oben ausgebrochen ist. Wir sind hier im Wochenchart. Jede Kerze ist eine Woche. Summa summarum, wir sehen von hier unten, von diesem 5, die wir hier hatten, haben wir einen schönen Bounce nach oben erlebt. Schön, einen kleinen Bounce nach oben. Lasst mich ein bisschen enthusiastisch sein. Es ist eine schöne parallele Bewegung nach oben mit einem parallelen Kanal. Hier ist es genau hier nach oben angeschlagen, hier nicht mehr ganz nach oben angeschlagen. Böse Kerze hat uns wieder nach unten geführt. War auf das Ende von Cup. Hier ist der Henkel und hier ist der Ausbruch jetzt nach oben. Und wenn wir uns ein ganz cooles, nützliches, einen coolen Indikator hinzufügen, und zwar ist das der Tux EMA Scalper, dann sehen wir auch ganz schön, oh Achtung, wir haben ein Beisignal bekommen hier. Und das Beisignal im Wochenchart ist gleichzeitig auch der Ausbruch über diesen schönen parallelen Kanal nach unten. Also, Cup und Henkel, Ausbruch wunderbar nach oben. Jetzt momentan flirten wir mit der Mittellinie hier, das ist ein bisschen gefährlich. Mittellinie ist ein starker Widerstand geworden, mittlerweile hat auch die Wertigkeit schon einige Male hier gezeigt. Schaut euch das mal an, wie stark die Mittellinie immer wieder hier uns zurückweist. Das ist auch jetzt wieder gefährlich bei dieser Long-Position bei Shiba Inu, dass uns diese Mittellinie nochmal in die Schranken weist und sagt, nee, du kommst hier nicht drüber. Aber Beisignal ist hier im Wochenchart, das schaut mal gar nicht so schlecht aus. Wir gehen hier nach oben, das gefällt mir schon mal ganz gut. Und wenn wir jetzt nochmal hier kurz dazu holen, unseren berühmt-berüchtigten Golden Cross, Death Cross, schauen wir uns den mal an. Im Wochenchart hier ist nicht viel zu sehen, ganz klar, aber gehen wir mal ein bisschen weiter rein. Was sagt denn der Tageschart? Der Tageschart sagt uns nämlich, Achtung, wir sind nach wie vor im Golden Cross. Golden Cross war hier, das war Dezember, Dezember 23 hier, am 1. Dezember ganz genau, da war der Golden Cross, da kam es den Pump nach oben. Und was jetzt momentan passiert ist, wir sind wieder über diese wichtige Widerstandslinie, das ist diese grüne Linie hier ausgebrochen. Und wenn wir uns die anschauen, grüne Linie, das ist die 50er, 50er SMA Durchschnittslinie. Und ja, wir sind jetzt wieder drüber. Gehen zwar nach unten, okay, wir sind aber drüber. Also, momentan kein Death Cross in Sicht, momentan keine bösen Zeichen hier in Sicht, wenn wir uns den Tageschart anschauen. Im 4-Stunden-Chart hatten wir den Golden Cross. Der Golden Cross war hier, und zwar war das der Valentinstag, 14. Februar. Da sind wir wunderbar nochmal gecrossed, gutes Zeichen, hier nochmal der Retest. Und von hier könnte es wieder schön nach oben gehen, aber Achtung, wie gesagt, vergesst nicht die Mittlinie hier, immer wieder ganz, ganz, ganz wichtig. Dann schauen wir uns noch was an, und zwar ist das in dem Fall, da sind sie, die Candle-Ticket-Patterns, die sagen uns jetzt hier im 4-Stunden-Chart nicht so viel voraus. Im Tageschart wird es schon besser. Achtung, Doji, mögliches Zeichen für die Trendumkehr, das war genau diese Kerze hier, langer Docht nach oben, langer Docht nach unten, kleiner Körper, Trendumkehr. Und ja, es geht nach unten. Wir hatten hier den Versuch, Richtung Mittlinie zu kommen, haben es nicht geschafft, haben ein tieferes Hoch sogar gebaut mit dem Docht. Und jetzt seit Langem wieder eine Kerze mit einem tieferen Tief nach unten, auch das ist gefährlich. Das müssen wir uns hier im Tageschart ein bisschen genauer anschauen. Aber das sind so schon die technischen Details, die genaueren Geschichten, so tief möchte ich gar nicht reingehen in das Ganze. Momentan vieles, was technisch passiert, überhaupt hier, gar keine Frage bei Shiba Inu, wird aber in der Range gefangen, wo wir so unterwegs sind. Und diese Range, da müssen wir mal wirklich ausbrechen, um da drüber zu kommen. Fetter, fetter, großer, fetter Widerstand hier oben. So weit kommen wir noch gar nicht hoch. Mit diesem Cup und Handle könnten wir es aber schaffen, wirklich hier nach oben auszubrechen. und Richtung Range zu kommen, wo der fette Widerstand einreinigt. Leute, das war es von meiner Seite für Shiba Inu. Wenn es euch gefällt, super, bitte Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefällt, super, bitte auch einen Daumen nach oben. Und eine Meinung dazu würde mich auch freuen, was hier nicht so richtig läuft. Also Leute, danke fürs Zusehen, macht es gut. Das war es für heute wieder mal. All das natürlich keine finanzielle Beratung, keine Frage. All das hier nur meine und die Meinung auch von einigen anderen bezüglich Shiba Inu, wie es weitergehen könnte. Ich bin long positioniert, auf jeden Fall. Und mal schauen, was uns diese blöde, blöde Mittellinie, diese blaue Linie hier bringt in Zukunft. Der Dump oder schaffen wir es da drüber. Tschüss und ciao, euer Biti, euer Bitcoin Trading Informant, euer Shiba Inu Trading Informant. Ciao Leute.